Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen weiteren Folge, meine lieben Freunde! Bei der letzten haben wir... Der klaut immer Tore und stellt sich ins Tore und verhindert Tore. Alter, Fick dich! Da, da ist einer unsichtbar! Das war voll geplant, Junge, war voll geplant! Ja, ist klar. Ja. Hä? Da ist einer unsichtbar. Was? Da ist einer unsichtbar. Hä? Hä? Fußburt? Fußburt? Ja, irgendwie... Wo ist denn da einer unsichtbar? Ich kann alle Spieler sehen! Ich hatte, glaube ich, gerade einen Fail. Du hattest einen Fail? Ja, so ein Netzwerkfehler oder so. Du meinst einen Bug. Irgendwie sowas. Was ist das denn? Da gibt's keine Kacke, Alter! Ich hab's nicht umgedreht! Boah! Fick dich! Hättet ihr denn da einfach mal in Ruhe gelassen, den Ball! Ich hab danach nichts mehr gemacht! Ich konnte angeschossen! Achso! Das hab ich nicht gesehen! Hab ich gemerkt! Warum sagst du denn nix? Ja, weil ich dich nicht gesehen hab! Ich hab bei Kamera! Boah! 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 Nein! Ey! Was? Glanzparade, Digga. Ich sag's dir. Sehr gut. Irgendwann macht der Yannick noch seine Tastatur kaputt, ey. Ja, das glaub ich auch. Warum? Weil sich das anhört, als würdest du mit dem Hammer draufhauen. Ey! Glanzparade! Oh, Alter. Oh, oh. Nein! Puh, gut, dass er daneben gesprungen ist, ey. Nein, ich hab keinen Bus mehr! Jawoll! Wie geil ist das denn? Meine Vorlage, Alter. Mehr, besser. Vorlage geht nicht, Junge. Fing! Alter, 117 kmh. Mega fett. Wie geil ist das denn, ey? Ja, Lars! Jawoll! Lars hat's hingekriegt. Na, wenn die sich uneinig sind, ne? Ja. Ja, aber... Es gab viele Situationen, wo er es macht... Wenigst konnte der EimkortTV nicht nah genug sein, um das Ding zu verhindern. Alter, ich hätte es so oder so... Ich wollte ihn nicht verhindern, ich hätte ihn auch nicht verhindern. Gott sei Dank war das beim Start. Wirklich. Ich will dir nie was Böses, ja? Nie. Aber du! Echt! Echt! Aber du! Satan höchst persönlich, ey! Tore klauen! Tore klauen! Im Tor stehen bleiben Tore verhindern! Mach nur der EimkortTV! Mach nur der EimkortTV! Jawoll! Ich wollte das doch gar nicht. Das Tor verhindern wollte ich echt nicht. Das war wirklich aus Versehen! Das war wirklich aus Versehen! Ich bleibe auch aus Versehen immer auf der Stelle stehen. Ich weiß auch nicht. Ich hab beide Pads gedrückt und hab mich gewundert, warum ich nicht vorwärts und nicht rückwärts fahre! Ich war voll in Stress, Junge! Ups! Was war das denn, Alter? Ich hab gar nicht gesehen, dass Lars auch zum Ball gefahren ist. Oh! Oh shit! Oh, der ist so dumm! Der hat den selber nur rausgenommen. Wow! Oh, Lars, Alter! Es hätte deiner sein können. Hätte. Oh! 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 Ja, Alter! Mit drei Leuten voll auf den Ball zu, ey! Der dritte hat's ja geschafft! Ihr habt recht! Ihr habt recht, Alter! Zack, 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 zack! Yo! Boah! Boah! Haha! Los jetzt! Oh! Yannick, ich bin in der Mitte! Oh ne! Oh ne! Scheiße! ManCity ist da! Das ist auch ein Team, weil die haben alle Fußball-Namen! Ja! ManCity, Messi und LaLiga! Naja! Ich hatte keinen Boost, ey! Sechs Sekunden! Nee! Scheiße! In die falsche Richtung! Gewonnen! Nee! Ich bin das erste Mal seit langer Zeit wieder MVP! Haha! Oh! Oh! Wollen sie aber nicht mehr! Oh! Wo wollen sie eigentlich nicht mehr! Jo! SM Junge, der macht SM. Wir kriegen jetzt alle einen Arsch versorgen. Ey, Alter, wenn das jetzt passiert, ne, ich schwörsse, ich quitte das Spiel, mal ein Ragequit und spiel nie wieder Rocket League. Oh oh, das soll man mein Wort nehmen? Bin mal gespannt. Ja. Aua! Weiße, jetzt mal hab ich ihn getroffen, aber auch ... Oh, da kommt einer von oben angeflogen. Boah, nee, ne? Der ist ein Mann, versohlt uns schon den Arsch. Naja, noch hat er uns nicht den Arsch versohlt. Es könnte auch nur Glück sein. Auaah. Ach, scheiße. Stand so beschissen. Ne, geht aufs Tor. Da kommt noch einer! Boah. Ach, das. Doch, Mann, ooooh. Alles krieg ich da auch nicht raus. Ja, ich war leider noch weit da vorne. Ey, dieser Arkada, ne? Ätzner Typ. Warum? Wer ist da auch noch am Ball? Ich würde mal behaupten, Lu Arcadia ist deine Frau. Jawoll! Jawoll, Lu! Warum? Na ja. Welche Männernamen, außer vielleicht italienische N mit A. Stimmt. Genauso wie Ertunina. Pandoria. Was ist da mit? Ja, ist auch mit A. Aber kein Frauenname. Ja. Kein Männername. Eben. Ja, aber es ist ein Frauenname. Das fiel mir gerade so auf. Anna. Julia. Äh. Alles. Frauennamen. Innalova. Horster. Günther. Genau, Günther. Mit T-H-A. Junge. Mit A-H, Junge. Mit T-A-H, Junge. Jo, den hab ich. Nein. Oh, ne, hast du nicht. Weil Lu Arcadia noch da war. Oh, nein. Ich hab ihn gerettet, Junge. Bei mir stand, äh, Dings. Retter. Also, what? Glaub ich. Oder ich hab's mir noch vorgestellt. Ich glaub, du hast dir das vorgestellt. Was? Nein. Oben links nicht stand, ne? Keiner von uns Paraden. Ja, stimmt. Du bist erst bei drei Paraden. Nein! Scheißgefliege immer. Ja, lern es mal. Dann sind wir besser in der Verteidigung. Und im Angriff. Und generell. Ja. Ah. Oh. Nein. Günther. Günther, Junge. Lars! War das nicht. Ich war, ich war... Nein, der geht das Tor. Ich hab LAS gesagt, nicht Lars. Das hört sich gleich an. Pff. Ah. Flu Arcadia will aber auch Tore klonen. Äh. Ach, du bist so'n Faschistener, Mongo! Das hat mit Sack nichts zu tun. In der Mitte... Oh. Mock, Alter. Ja. Hab ich das letzte Mal gesehen. Da ist das Ball gar nicht getroffen. Da stand er in der Mitte. Da ist das Ball gar nicht getroffen. Warte. Ja! Nein! Was denn? Was war das denn jetzt? Da kam ein Typ. Da war gar nicht am Ball. Pff. Ja, jawohl. Bei meiner... Bei meiner Kamera gar nicht. Überhaupt so gar nicht. Alter, fuck my life, ey. Hast du das Gefühl, ich hab so'ne leichte Zeitversetzung da drinne? Ich seh' nur noch Leute fliegen, ey. Ja. Nix anderes. Bei mir ist es genauso. Da kommt einer geflogen! Alter, es ist... Ich hasse dieses Spiel. Naja, gut. Zumindest macht uns der SM-Typ nicht platt. Toll. Es ist Flu Arcadia, die uns platt macht. Da wollen wir den Lerge quitten und da wollen auch nicht das Spiel auffallen. Ja und, der hat zwei Tore geschossen, aber der ist nicht so penetrant wie Flu Arcadia. Ich bin ja davon ausgegangen, dass uns der SM-Typ den Arsch versohlt. Tut der ja nicht. Boah ey, das gibt's doch nicht. Jetzt versohlt der mir den Arsch, Alter. Gerade, wo ich's sage. Fick dich! So, raus, aufhört. Ende im Gelände mit dem Spiel. Ich bin da aufnehmend, ich kann nicht... Ich bin da aufnehmend, ich kann nicht Rage quitten. Manche haben gar kein Leben, ey. Ohne Witz. So wie ich meinste? Ne, so wie die. Jawollo! Die sind sogar noch gegeneinander gefahren, Alter. Geflogen. Oh shit, jetzt hab ich den verkackt. Ach man ey, das gibt's doch gar nicht. Ach man ey. Weißt du nicht vorher schon, wo der Ball ist? Keine Ahnung, vordenken vielleicht. Gleich haben die zwei Gehirne, weiß man nicht. Ich bin krank. Ja, was denn? Gleich haben sie so ein Computerhirn, also Bot, was denen hilft. Weiß man ja nicht. Oh. Immerhin haben wir zwei Ehrentreffer gemacht. Mhm. Mhm. Dank. So, wollen wir's nochmal versuchen. Wer ist von euch der beste Verteidiger? Gartal. Gartal, bleibs hinten. Hey, du bist gerade vorne. Dann nicht. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Okay. Ach du Scheiße. Warum da hin? Ja, ist klar. Ja, ist klar. Oh fuck. Ja, 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 ja. Nee. Ah, ey. So einfach nicht. Sehr schön. Ja. Da kommt er. Ja. Shit. Das war ne Doppelverteidigung, Alter. Ne Doppelverteidigung? Ja, irgendeiner hat den Ball angespielt. Dann hab ich ihn noch berührt. Da ist er voll weggeschossen. Ich hab keinen Boost. Nur mal so. Ich komm einfach nicht an den Ball dran. Dann hol der schnell Boost. Immer jetzt. Jawohl. Ah. Es war ein bisschen zu weit nach rechts, ey. Fuck. Ja. Jawohl. Oh nein. Verdammte Scheiße. Ah. Nein, Alter. Das wär so geil gewesen. Ich wurde zerstört. Nein, der ist nicht drin. Oh. Oh. Scheiße. Und Fliege. Und Fliege. Und Fliege. Und Fliege. Und Fliege. Und Fliege. Hat er euch beide genutzt? Die Fahrer. Naja, mich am ehesten. Es gibt so ein... Kann mich nicht dran. Oh Mann, ey! Jawoll! Da muss schon unser Torwart das Tor machen. Ja, eigentlich hat die Taktik bei uns immer besser am besten funktioniert. Wenn Kartal hinten geblieben ist und hat dann Dispansor geschossen. Ja, das stimmt eigentlich, ja. Das ist eigentlich immer unsere beste Taktik gewesen. Zumindest bei Ranked. Ja. Das gibt's doch einfach nicht. Die holen die Dinger nice raus, ey. Die sind aber auch da hinten ne Bank, ne? Ja. Da musst du erstmal was... Da musst du erstmal was gegenzusetzen haben. Warte, was guckt der denn angeflogen, ey? Das ist schon Wahnsinn, wie der fliegt, ey. Ja. Vor allem der ist überall! Ja! Ja, los, 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 los! Ja, los, 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 los! Holte! Eee, das gibt's doch nicht. Oh shit! Der hat den voll über mich gedreht. Der hat den voll weg! Der hat den voll weg! Ach! Oh, ey! Ich hab keinen Boost! Ich hab ihn weg, alles gut. Sehr gut. Ich muss Boost holen. Hab Boost. Ah! Pass auf! Ja, lass ihn kommen, alles gut. Fuck! Boah, jetzt gibt's einfach nicht! Jawoll! Ich hab Luakadi ja weggekickt. Ähm, ich bin nicht im Tor, ne? Die kommen geflogen. Ich hab's nicht rausgekriegt! Ich hatte einen! Ich hab sogar eine Parade gekriegt! Warum warst du ja nicht im Tor? Ja, weil ich doch rausgefahren bin, um den Ball zu verteidigen. Alles gut, alles gut. Ich hatte zu viel Power drauf. Oh nein! Jetzt einfach drauf! Ja, klar! Das ist so krank. Das ist doch so krank. Ich finde, das macht's nicht, das macht's ein bisschen leichter zu ertragen. Dass man da nicht mit einem Tor verloren hat. So krank. Ja! Was ein Scheiß! So, raus! So! Das stimmt! Einmal raus! Ja! Und ich verabschiede mich heute bei euch! Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis dahin! Tschüss, Junge! ....